Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fouillet-Reihen. Letztes Mal haben wir angefangen, den Satz 2.6 zu beweisen. Der sagte aus, dass das Integral über die Dirichlerkerne über minus pi bis pi gerade gleich 1 ist, dass diese Dirichlerkerne sowohl positive als auch negative Werte annehmen und dass die L1-Norm dieser dn gegenunendlich geht, wenn das n gegenunendlich geht. So, bewiesen haben wir letztes Mal hier den ersten Teil der Aussage, nämlich dass dieses Integral gerade 1 ist. Und jetzt wollen wir uns der Aussage annehmen, dass diese dn sowohl positive als auch negative Werte annehmen. Und das läuft jetzt so ein bisschen in zwei Teilen ab. Zum Ersten wollen wir begründen, dass diese Dirichlerkerne unendlich viele Nullstellen haben. Und dann konstruieren wir uns ein, beziehungsweise zeigen wir, dass es Intervalle um diese Nullstellen gibt jeweils, indem das Vorzeichen wechselt. Und damit haben wir es dann. Wie gesagt, das Problem an diesen Dirichlerkernen ist, wir können nicht eine fixe Stelle nehmen, wo wir sagen können, okay, hier ist es positiv und an der Stelle ist es immer negativ, weil die halt, die verdichten sich zu Null hin. Ich versuche mal ins Skript noch ein Bild reinzukriegen. Oder habe ich da nicht ein Applet für gemacht? Ich gucke mal eben nach. Wenn ich eins habe, dann machen wir das eben. Ich muss nur kurz pausieren. Ja, ich war mir doch sicher, dass ich das schon mal in GeoGebra gesetzt habe. Das ist doch gut. Ich versuche das nochmal mit Python vernünftig zu machen für das Skript, aber so für den Moment reicht das erstmal. Also wir haben hier den Dirichlerkern für verschiedene N. Und wir sehen, wenn wir jetzt das N hochschrauben, also es ist einfach zu sehen, dass halt hier positive und negative Werte angenommen werden. Und es ist auch relativ einfach zu sagen, es gibt immer einen positiven, nämlich den N von Null. Der ist immer positiv, weil da ist 2N plus 1. Also entsprechend haben wir hier oben den Peak. Das Problem ist halt, diese Nullstellen liegen nicht, also es gibt kein Vielfaches von Pi, wo irgendwie die Nullstelle sich mal drauf zur Ruhe bettet. Weil ihr seht zwar, um Minus Pi rum oder um Pi rum, da oszilliert das Vorzeichen, wenn ich mit N hochgehe. Aber das Problem ist, ich kann nicht auf diese Nullstellen drinnen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich ein bisschen, ja sozusagen ein bisschen subtiler argumentieren. Und das machen wir wie folgt. Also wir zeigen jetzt erst, dass es unendlich viele Nullstellen gibt. Und danach konstruieren wir eine Intervalle drum. Die Nullstellen ist halt relativ einfach. Entschuldigung. Denn wir machen einfach den Ansatz dN von U gleich Null. Und gucken einfach mal, was das heißt für unsere Definition. dN von U gleich Null heißt erstmal nichts anderes, als dass der Sinus von 2N plus 1 mal U halbe gleich Null werden muss. Warum ist das so? Wir haben in dem Satz, wo wir die Darstellung für den Dirich-Leck-Kern hingeschrieben haben, haben wir ja gezeigt, dass das sich darstellen lässt als Sinus von 2N plus 1 mal U halbe durch Sinus von U halbe. So, und dieser Bruch ist natürlich genau dann gleich Null, wenn der Zähler gleich Null ist. Und natürlich gleichzeitig der Nenner nicht, aber die können nicht gleichzeitig Null sein, weil die sind ja verschobene Sinus-Therme. So, das hier ist genau dann Null, wenn das Innere des Sinus ein Vielfaches ist von Pi. Ja, eigentlich K aus Z, ne? Das ist aber letzten Endes falsch. Muss ich ihn nur kurz bei mir korrigieren, falls ich irgendwann mal in diesem Läden noch dazu komme, die Beweise zu technisch. Dass wir da nicht komplett einen Katsch da stehen haben. So, und wann ist das hier der Fall? Naja, das kann man jetzt einfach nach U auflösen. Das ist dann der Fall, wenn U die Form hat, 2KP geteilt durch 2N plus 1. Für irgendeine ganze Zahl Z. So, und jetzt setzen wir zur Abkürzung, wenn wir nicht mal diesen Bruch hier schreiben müssen, setzen wir 2KP durch dieses 2N plus 1 einfach fest als XiK. So. Ja, das heißt, hier sehen wir dann sofort, okay, das sind unendlich viele, weil Z halt eine abzählbare Menge ist, also eine unendliche Menge. Das heißt, DN hat per se erstmal unendlich viele Nullstellen. Ja, und die häufen sich irgendwann zu Null hin, weil logischerweise, wenn ich das N jetzt groß werden lasse, dann werden diese Stellen um die Null hin gedruppelt. So, DN hat unendlich viele Nullstellen, ist offensichtlich nicht konstant. Und, und das ist jetzt wichtig, stetig. Und zwar nach Satz 2, 2. So, warum ist die Stetigkeit an der Stelle wichtig? Wie sagt uns jetzt nämlich, es existieren Zahlen Delta K, so dass DN von U ungleich Null ist für alle U aus so einer punktierten Delta K Umgebung um diese XiK. Das heißt also, es existiert, oder es existieren Delta K, größer Null, mit DN von U ungleich Null für alle U aus der punktierten Delta K Umgebung von dem XiK. Ja, wie können wir uns das ungefähr vorstellen, wenn wir uns mal grob so eine ganz billige Skizze machen? Wir haben ja gerade so ein paar Vertreter von den Dingen gesehen. Und wir sagen einfach mal hier, das sieht dann irgendwie so aus. Geht hier hoch, geht hier runter und geht dann hier irgendwie weiter. und klingt dann aus. Und dann haben wir hier eine Farbe, die jetzt schön ist. Da nehmen wir mal blau ruhig. Dann haben wir jetzt hier die XiK. Und dann sehen wir, wir können jetzt um jeden dieser Nullstellen können wir eine Umgebung finden. Und zwar so ein U Delta K von dem XiK. Sodass auf der ganzen Umgebung das Ding ungleich Null ist. Aber wir müssen sie natürlich punktieren, weil in XiK ist ja Null. Die können natürlich, je größer das N wird, desto kleiner muss dieses Delta K werden. Aber es muss eins geben, weil das Ding nicht konstant ist. So weit, so gut. So, jetzt müssen wir halt nur noch zeigen, dass sozusagen die Ableitung hier an der Stelle XiK, dass die nicht verschwindet. Weil dann haben wir entweder eine Steigung positiver Natur oder eine Steigung negativer Natur. Ja, und das heißt, wir können halt sicher sein, dass das Ding nicht Null ist. Das heißt, wir müssen jetzt einmal die Ableitung ausrechnen. Und die x ich euch jetzt natürlich nicht vor, das ist einfach nur sehr lange Quotientenregel, aber es gilt dN' von U. Das ist gleich. Und jetzt kommt ein sehr, sehr langer Punkt. Cosinus von 2N plus 1 U halbe mal 2N plus 1 halbe mal Sinus von U halbe minus also hier steht f mal g f' mal g jetzt kommt f mal g' das heißt, wir fangen an mit Sinus 2N plus 1 U halbe und jetzt müssen wir den Cosinus dahinter ableiten das heißt, da steht Cosinus U halbe mal 1 halbe und das Ganze einmal nach unten und da steht dann einfach nur Sinus Quadrat von U halbe also das ist wirklich stinklangweilige Prozentenregel da muss man nichts für können sag ich mal. So und jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert wenn ich hier Xi K einsetze So wir überlegen uns Xi K ist in letzter Instanz ein Vielfaches von Pi was da unten steht das heißt wenn ich das hier reinjage dann ist der Sinus 0 das heißt das hier ist ungleich 0 für U gleich Xi K so das hier unten das ist auch ungleich 0 für U gleich Xi K na denn wir treffen keine Nullstelle des Sinus mit dem Xi K habe ich gerade gesagt gleich 0 Entschuldigung ungleich 0 also wenn ich das hier einsetze machen wir es einmal kurz exemplarisch dann habe ich hier sowas stehen wie Sinus von so das Xi K ist gerade definiert als 2K Pi durch 2N plus 1 und dann steht hier noch halbe also mal ein halb so das heißt hier steht irgendwie Sinus von 1 durch 4N plus 2 mal 2K Pi ja und das hier ist kein ganzzahliges Vielfaches von Pi das heißt es kann nie 0 sein so und nach der gleichen Argumentation ist das hier hinten allerdings gerade gleich 0 weil die Xi K sind ja gerade Nullstellen von dem Ding hier das heißt das hier ist 0 das hier ist Wurscht auf jeden Fall ist es definiert weil wir treffen hier nichts was irgendwie böse ist und dementsprechend steht das hier hinten gleich 0 das heißt wir haben hier ungleich 0 minus 0 durch ungleich 0 da kann nicht 0 rauskommen so das heißt folgt dN Strich von Xi K ungleich 0 so und das heißt dass dN von u kleiner 0 ist für alle u aus Xi K minus Delta K bis Xi K und dN von u größer als 0 für alle u aus Xi K bis Xi K plus Delta K oder andersrum das kann natürlich sein weil wir wissen nicht in welche Richtung dieser Berg geht weil wir haben nur gezeigt dass es ungleich 0 aber auf jeden Fall ist es nicht 0 und dementsprechend haben wir da ja sozusagen halt ein Wechsel des Vorzeichens gut äh bitte bitte habe ich was vergessen außer dass ich hier halt auch noch hinschreiben muss dass das auch andersrum sein kann was einem manchmal halt so einfällt gut damit haben wir jetzt also gezeigt das Ding nimmt negative und positive Werte an das ist halt immer schon nicht so toll wenn man halt nicht sagen kann etwas ist größer gleich 0 das ist für für Konvergenzanalysen in der Regel nicht so toll so und jetzt müssen wir noch zeigen gucken wir uns mal an was ist das letzte dass die L1 Norm von dem dN für n gegen unendlich gegen unendlich geht so und die Idee ist jetzt quasi das ganze gegen aus der Analyse bekanntes Integral abzuschätzen und dann sozusagen eine divergente Majorante zu konstruieren und dann können wir es aus dem Integralkriterium ziehen so was machen wir wir fangen mal an mit dem Integral und wir nehmen nur das Integral von 0 bis Pi weil das reicht uns ja aus weil von Minus Pi bis Pi wäre jetzt wieder technischer Overload da geht die Idee wieder flöten das Ding ist aber ja haben wir glaube ich mal gesehen punktsymmetrisch das folgt ja aus dieser Sinus Darstellung achsensymmetrisch folgt ja aus dieser Sinus Darstellung das heißt letzten Endes ist das Integral von Minus Pi bis Pi ja sowieso nur zweimal das Integral von 0 bis Pi das heißt ich kann mich auf eins dieser beiden Teilintegrale beschränken das heißt ich gucke mir einfach mal das hier an und jetzt substituieren wir und zwar substituieren wir t gleich 2n plus 1 mal s halbe wodurch dann dt nach ds das gleiche ist wie 2n plus 1 halbe so dann wird das hier zum Integral von 0 bis Pi weil das ist genauso konstruiert dass das passt und hier setze ich die Sinus Darstellung ein und dann kriege ich raus Sinus von und jetzt wird ja eigentlich da kommen Moment Entschuldigung mein Fehler Substitution kommt erst eine Zeile später also hier setzen wir einfach nur die Definition ein sorry also hier Definition aber Formel 2 2 Definition wäre ja das Integral das heißt wir haben Sinus von 2n plus 1 s halbe durch Sinus von s halbe und davon den Betrag was wir jetzt machen ist wir benutzen dass der Betrag Sinus x immer kleiner gleich x ist das heißt 1 durch den Betrag Sinus x ist immer größer gleich als x und das machen wir jetzt hier und schätzen das entsprechend ab das ist dann größer gleich als das Integral 0 bis Pi so oben bleibt der Betrag Sinus von 2n plus 1 s halbe stehen so und unten schätzen wir das ab durch s halbe den Betrag davon aber weil wir von 0 bis Pi gehen dürfen wir den Betrag natürlich weglassen und jetzt machen wir die Substitution die ich gerade schon hingeschrieben habe und setzen t gleich 2n plus 1 mal s halbe und das ds dt äh dt ds ist dann eben folgerichtig 2n plus 1 halbe jetzt ist aber auch hoffentlich dann klarer warum wir diese Substitution machen denn ich möchte hinterher n bei Sinus von t so das heißt das ist gleich und jetzt transformieren sich die Grenzen dann entsprechend mit das ist das Integral von 0 wenn ich hier s gleich 0 einsetze bis 2n plus 1 halbe mal Pi wenn ich hier eben s gleich Pi setze dann haben wir hier den Betrag Sinus t und das ds nach dt das wird dann zu 2n plus 1 halbe da hinten da können wir dann ein bisschen was rausziehen da können wir nämlich dieses 1 halb hier mit dem 1 halb verrechnen nach vorne ziehen und insgesamt bleibt hier unten dann t stehen so vielleicht einfach nochmal in einer ruhigen minute einfach nachrechnen weil wenn t gleich 2n plus 1 s halbe ist dann ist ja gerade 2t durch 2n plus 1 gerade s und das könnt ihr dann hier oben mal einsetzen und dann seht ihr sofort da steht dann einfach nur noch t wobei sich halt hier diese 2n plus 1 äh diese 2n plus 1 und diese 2n plus 1 rausheben so und jetzt ist der Witz das ist halt natürlich ein Integral das kennen wir aus der Analyse das ist so das Paradebeispiel für ein Integral was ja divergent ist also wenn ich jetzt hier n gegen unendlich laufen lasse im Riemann Sinne dann läuft das hier gegen unendlich wie aus Analyse bekannt genau und damit steht hier eben gerade dass die Norm dn bezüglich der L1 Norm auf diesem minus pp ich schreibe es mal ganz ausführlich hin ist größer gleich als 2 mal dieses Integral hier nee sollte man so nicht schreiben weil das ist ja hier das hier ist ja für festes wenn wir das aufführfest können wir so schreiben alles gut 2n plus 1 halbe Pi Sinus t p dt und das ist gerade die aussage damit sind wir dann fertig gut so das heißt also wir sind jetzt an der stelle wo wir eingesehen haben dass die dirichle kerne vielleicht nicht der weißheit letzter schluss sind weil sie einfach schlecht skalieren wenn ich das n gegen unendlich laufen und schlecht skalieren können wir nicht gebrauchen weil wir wollen ja gerade n gegen unendlich damit diese partiellen Fouillersummen wieder gegen die Fouillereie gehen und was wir jetzt machen wollen ist wir wollen diese dirichle kerne mitteln und zwar im sinne der cesarokonvergenz also cesarokonvergenz heißt halt wir gucken uns die gewichteten partialsummen an und wenn die konvergieren dann heißt so eine reihe cesarokonvergenz das werden wir aber beim nächsten mal alles kennenlernen und dann wollen wir uns quasi anschauen was passiert wenn wir die dirichle kerne quasi als cesaromittel uns anschauen und die tun es dann tatsächlich in dem sinne dass wir damit halt viele fehler ausbügeln die jetzt die dirichle kerne haben weil da werden wir dann sehen diese ferie kerne werden stetig sein auch die werden 2pi periodisch sein die werden auch gerade sein die werden aber konstant größer gleich 0 sein die werden immer noch im Integral gleich 1 sein aber die werden gleichmäßig gegen 0 gehen wenn wir das n gegen unendlich schicken und das ist der springende Punkt der uns dann hinterher hilft gut damit langer Rede gar kein Sinn ich bedanke mich sehr fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin habt eine schöne Zeit macht's gut und tschüss